Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zeitgleich zu einem neuen Format, was ich gerne mit euch etablieren möchte. Ihr wisst es vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Mein Kanal ist daraus entstanden, dass ich immer produktspezifische Reviews gemacht habe. Also es kam eine neue Lidschattenpalette raus. Ich habe nur diese Lidschattenpalette gezeigt und das hat vielen früher gefallen. Und ich weiß nicht warum, aber es hat sich irgendwie im Laufe der Zeit so ein bisschen geändert auf Full-Face-Videos. Full-Face-Drogerie, Full-Face-Drogerie-Favoriten. Und ich möchte gerne so ein bisschen produktorientierter wieder werden. Ein bisschen von mir als Person, nicht weg, aber meine Aufgabe ist es, euch Produkte zu zeigen und das möchte ich heute auch machen. Deswegen habe ich hier drei, vier Produktneuheiten hier von Fenty, die ich euch kurz und knapp einfach vorstellen möchte. Nicht so viel bla bla bla, keine 60-Minuten-Videos am Freitag, sondern freitags ist immer so ein Video, das kann man sich mal nochmal schnell anschauen. Vielleicht habt ihr dazu aber auch eine ganz andere Meinung, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir haben Neuheiten von Fenty und Fenty ist für mich ehrlich gesagt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Warum, kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen. Irgendwie war das alles nicht mehr so spektakulär. Aber diese Produkte finde ich persönlich super, super schön und deswegen dachte ich mir, stelle ich sie euch heute einmal vor. Dieses Video entsteht selbstverständlich nicht in Zusammenarbeit mit Fenty. Das sage ich dann immer ganz klar und deutlich vorneweg. Ich habe die Produkte kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen und dachte mir, ich zeige sie euch einfach mal, weil es ist wirklich, wirklich spannend. Wir haben nämlich die neuen Pout Sickles. Das sind Hydrating Lip Stails, die die Lippe so ein bisschen einfärben sollen. Wir haben das schönste Produkt für mich bis jetzt 2022, die Toasted Swirls. Und etwas, was vielleicht für euch Möse gar nicht so schlecht ist, die Sun Stalker Face & Eye Bronze & Highlighter Palette mit 1, 2, 3, 4, 5 Bronzer Tönen und 2 Highlighter Tönen. Das werden wir heute alles benutzen. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Euch kostet es nichts, mir bedeutet es die Welt und wir gewinnen gerade ganz schön schnell auf die 100.000 Abonnenten hinzu. Und hinaus. Egal. Ihr seht es, ich sehe so ein bisschen fahl aus, deswegen möchte ich tatsächlich auch mit diesem Schätzchen hier beginnen. Ihr wisst, ich liebe den Bronzer von Fenty tatsächlich, aber die sind ganz schön teuer. Und im Laufe des Jahres verändert sich natürlich meine Hautfarbe auch so ein bisschen. Und ich liebe es, mit Bronzer Lidschattenlooks zu machen. Deswegen hat Fenty sich gedacht, bringen wir einfach mal dieses Schätzchen hier raus. Erstmal Packaging 10 von 10. Ihr habt hier 2 mal 1,3 Gramm und 5 mal 2,55 Gramm mit drin. Das heißt also, ihr habt eine Menge an Produkt und auch viel, um viele verschiedene Sachen zu machen. Vor allen Dingen sind das natürlich die perfekten Farben für einen Bronzed Lidschattenlook. Und deswegen probieren wir das Ganze einmal aus. Ich gehe in einen fluffigen Pinsel und starte hier in der Farbe. Das ist In The Sun. Also ihr könnt euch so ein bisschen orientieren an eurer Bronzerfarbe als eurer Basefarbe. Ich bin tatsächlich bei Private Island. Das ist die Farbe daneben. Die könnt ihr als regulären Bronzer natürlich benutzen. Oder aber auch, so wie ich jetzt, als Lidschatten. Die sind auch ähnlich pigmentiert wie die Bronzer. Also jetzt nicht übertrieben krass. Sondern so, dass du einfach das Pigment ebenmäßig auf die Augen und auf die Wangen tragen kannst. Und dafür möchte ich mal dieses Schätzchen hier benutzen. Das ist der 190 Bronzer Brush. Der ist ganz spannend geschnitten. So ein bisschen spitz zulaufend. Und wir gehen jetzt einfach mal in meine Farbe Private Island rein. Er nimmt sehr, sehr gut Produkt auf. Und damit... Oh ja. Okay, das soll so ein Face-Hugging-Brush sein, der wirklich perfekt hier an euren Wangenknochen kommt. Und somit habt ihr natürlich auch ein sehr ebenmäßiges Ergebnis. Ihr könnt dann euren Lidschatten so ein bisschen in euren Bronzer mit reinziehen. Und das ist ja etwas, was ich persönlich immer sehr, sehr gerne mag. Was ich super finde, ist, dass du auch... Vor allem wenn du Make-Up-Artist bist, viele verschiedene Farben in einem Produkt hast. Du musst also nicht fünf verschiedene Farben für deine Klienten oder auch für dich oder für deine Freundinnen im Make-Up-Kit haben. Sondern hast vieles. Ein sehr, 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 sehr guter Bronzer. Ich will gar nicht so viel über den Bronzer an sich reden. Den kennt ihr wahrscheinlich alle. Ich gehe jetzt noch ein bisschen hier in die dunkleren Farben rein. Und verdunkele mir das auf meinem beweglichen Lid noch ein bisschen. Das ist halt so ein Look. Der geht halt immer super schnell. Und gerade jetzt in der Urlaubssaison, ne? Ist das etwas, wo man sagen kann, das geht immer gut? Also das finde ich... Ich habe erst gedacht, das ist so ein Cash-Grab, ne? Ist ja nichts Neues. Aber es ist gar nicht so schlecht, sowas zu haben. Ich gehe jetzt mit einem fluffigen Pinsel in diese Farben hier. Das sind die Schimmertöne. Das sind die Highlighter in Fat Glass und Gold Card. Gehe ich einfach nur so ein bisschen über mein bewegliches Lid. Und habe einen super simplen Lidschatten-Look. Der aber wirklich... Ja, ich mag das. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich mag ja diese Bronzy-Looks. Ganz einfach. Was sagt ihr dazu? Unten gehe ich auch noch so ein bisschen in die Bronzer rein. Das zieht das Ganze dann ein bisschen zusammen. Und wir haben einen wirklich süßen, ganz, ganz zarten Look für den Alltag. Finde ich eine gute Sache, wenn ihr die Bronzer schon mal ausprobieren wollt. Und denkt, okay, wenn ihr mehr Farben gleichzeitig habt und nicht fünfmal die Full-Size-Größe kaufen wollt, habt ihr hier fünf verschiedene Bronzer und könnt damit dann auch gleich einen Lidschatten-Look machen. Love it! Jetzt bin ich gespannt. Das ist etwas... Ich habe mir das ganz, ganz klein vorgestellt. Auf den Bildern sah das so witzig aus. Und dachte mir so, ist ganz schön teuer und ganz schön, ganz schön klein. Das ist aber der Toasted Swirl. Ein Bronze-Schimmer-Powler für das Gesicht oder aber auch für den Körper. Ich glaube, es sind zwei verschiedenen Farben. Einmal in Chocolate Swirler und in Pecan Swirler. Wesentlich dunkler. Ich swatch euch mal beide Farben. Gehe hier... Nice. Okay, krass. Das ist wirklich schimmriger als gedacht. Am Finger sah es aber noch krasser aus. Ich gehe jetzt mal hier in die dunklere Farbe. Sehr, sehr weich und auf dem Finger sieht das wirklich aus wie ein Highlighter. Ja, auch wenn man es swatcht. Krass. Okay, wir probieren es mal vorsichtig aus. Jetzt seht ihr auch einmal den Bronzer von vorhin aus der Matten-Palette. Das ist ein schöner Bronzer und die Farben sind wirklich gut. Ich gehe jetzt nur ganz leicht hier rein und klopfe das Ganze auch wirklich ab, weil das ist ja so ein bisschen crazy. Seht ihr das? Der hat ordentlich Schimmer mit drin. Ich arbeite mir das auch wirklich gut in meiner Hand ein. Das ist wie so ein... Erinnert ihr euch an... Gab es, glaube ich, mal von L'Oreal oder so? An so ein Produkt. Ich weiß nicht, ob ich es liebe oder hasse gerade, weil es ist schon ganz nice. Ich gehe jetzt mal kurz in die dunklere Farbe. Ich liebe ja diese Face-Luminizer. Er ist sehr, sehr, sehr dunkel. Ich arbeite mir auch das in meiner Hand ein und gehe da nur ganz leicht über meine Stirn. Oh ja. Okay. Also das ist wirklich... Ja, es ist tatsächlich so ein Highlighting-Bronzer. Der gibt dir gleich diesen Glow. Die Schimmerpartikel sehen jetzt gerade recht grob aus auf der Haut. Finde ich das aber gar nicht schlecht. Ich sette das Ganze mal. Sekunde. Uh, das ist schon nice. So richtig im Sommer, ne? Also so richtig Hochsommer. Das auf dem Körper kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber in Kombination mit diesem zarten Lidschatten-Look, finde ich, funktioniert es dann ganz gut wieder. Wir lassen das Ganze mal antrocknen und wir gehen so ein bisschen durch die Pauzickels durch. Ihr merkt das, ne? Das ist sehr produktorientiert. Ich zeige es euch. Ich sage euch meine Reaktionen und ihr könnt euch dann entscheiden, interessiert euch das oder nicht. Ihr seht es ja dann auch in den nächsten Wochen so ein bisschen, ob ich die Produkte weiter benutze. Wir haben die Pauzickels in vier verschiedenen Farben. Einmal in Strawberry Sangria, in My Type, in Zesty Bestie und ich habe bei Bobs Orange, das ist die krasseste TikTok-Instagram-Maus überhaupt, gesehen, dass sie die gerne mag. Ich trage den jetzt mal auf in der Farbe Zesty Bestie. Uh, uh. Ich habe mir was ganz anderes vorgestellt. Der ist wie Wasser auf den Lippen. Das ist wirklich... Es erinnert mich ein bisschen an diese Vinyl-Dinger von Maybelline. Aber bei Weitem nicht so klebrig und bei Weitem nicht so dick auf den Lippen. What is this? Okay. Der färbt tatsächlich sofort die Lippen ein in einer ganz schönen Farbe. Ich will jetzt hier nochmal die Farbe Berry Banger benutzen. Aber jetzt bin ich gerade so ein bisschen... Huch. Das finde ich gar nicht schlecht. Weil das trägst du einmal morgens auf, ne? Und dann, wenn es weg ist, sind deine Lippen immer noch so ein bisschen gefärbt. Das könnte jetzt eine spannende Farbe sein. Berry Banger. Wesentlich dunkler. Ist natürlich jetzt so ein bisschen gemischt. Ich kann mir das Ganze aber wirklich krass als Blush vorstellen, wenn du keine Foundation trägst, ne? Einfach so ein bisschen eingeblendet. Und dann färbt das ja deine Haut so ein. Wahnsinn. Ich habe alles von den Lippen weg. Aber die Lippen haben trotzdem noch eine Färbung. Und das... Oh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ehrlich gesagt habe ich mir unter den Produkten was ganz, ganz anderes vorgestellt. Aber jetzt ohne das Produkt selbst noch auf den Lippen ist das wahnsinnig schön. Weil die Lippen nur so ganz leicht eingefärbt werden. Aber trotzdem echt krass, ne? Also es ist immer noch was auf den Lippen. Und jetzt gesettet sieht auch der Bronzer ziemlich gut aus. Ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass hier vielleicht eine kühle Farbe drin ist. Amber hieß sie, glaube ich. Nicht einfach, um es ein bisschen kühler zu machen. Aber so hast du natürlich ein super warmes Ergebnis. Gerade jetzt für den Sommer. Was ich unbedingt probieren möchte, das werde ich nochmal machen, ist... Ich habe ja so Probleme mit meinen Augenringen. Und ich mache immer Color Correction. Aber das ist ein zusätzliches Produkt. Und wenn ich jetzt mit so einem Skin-Einfärbeprodukt die Haut unter meinen Augen einfärbe, dann brauche ich keinen Color Corrector mehr. Wenn ihr wollt, probieren wir das mal aus. Also das hier... Die Lippen fühlen sich halt auch echt glatt jetzt an. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Mit diesem Toasted Swirl, ich glaube, dass es, wenn du dunklere Haut hast, wunderschön ist. Wenn du so bist wie ich oder heller, könnte das vielleicht ein bisschen zu stark sein. Aber auf dem Körper oder auf dem Hals oder so, ist das vielleicht ein richtiges Ding für den Sommer. Schreib mir unbedingt deine Meinung zu den Produkten in die Kommentare. Ich verlinke dir natürlich alles unten. Das war fantastisch. Bis zum nächsten Mal, ihr Süßen.